Von Gamesplayer-LP2 Ich wahrscheinlich auch Tu ma nicht so ey, bist nicht fair Also ich kann jetzt Pokémon bis Level 30 trainieren Boah, Glückwunsch Mhm, danke Erkennt nicht was Akasmus? Tuh, noob Verkauf dir Pikachu Ich will Pikachu Kannst ja fangen, alter Ey, Black ist wieder da Ich will aber Raichu Weißt du, streck dir die Hand aus und den, äh streck dir den Finger aus und den den ganzen Ich möchte auch ein Pokémon von dir minus Black Och, ey, was hatten wir gerade über Rechtschreibung gesagt? Das sollte ein Komma werden, tu nein Naja, genau Ja Du hast so ein Smiley Mein Smiley Warum kann ich hier nicht in die Poké-Börter? Ich will was kaufen Guck mal im Chat Hast du gelesen? Level up Und da Ich hab das kein überlesen Ich werde schon wieder wegen Rechtschreibung anmeckern Ich werde schon wieder wegen Rechtschreibung anmeckern Moppen! Moppen Was? Moppen? Ja, du mobst mich Ich bin grad in der Börse, tu mal rein Hast du kein Geld? Ich hab 2.000 Poké-Dollar Warte mal, was hat das geschrieben? Schaff mir zu moppen Black ignoriert, ist einfach mal eiskalt Ich kann ja bis Level 30 trainieren Warum könnte ich mir theoretisch einen Smiley-Cut kaufen? Mach mal Du kannst ja wahrscheinlich auch ein Level 80er Viech kaufen Du kannst halt nur nicht trainieren Äh, Level 70er Du kannst halt nur nicht trainieren Ja, du kannst nur nicht damit kämpfen, meinst du? Ne, trainieren Ich glaube nicht, dass das hier so eingerichtet wurde, dass man damit nicht kämpfen kann Doch, glaub ich schon Ne Frag Black Frag Black Der hat keine Ahnung Der hat Ahnung Der hat keine Ahnung Der hat keine Ahnung Nein, natürlich Ahnung Das ist natürlich Platz 1 Oh, da ist ein Pikachu mit Level 13 drin Ich würde hoffen, ich bin von der Kauf's dir Ich glaube, ich will das nur Bi-Liquot haben Wie teuer? 2.100 Und du hast 2.000? 2.100 Genaau, ist klar Soll ich's mir kaufen? Weiß nicht Ich würd's nicht kaufen, also ich mein Geld für was anderes benutzen Ja, dann muss ich aber nichts Hm Ja? Alter, hört doch auf mich einzuladen, ihr kleinen Last Life Deckt mich doch Ich muss auch so ein letztes Leben, Alter Mein Bier zusammen kriegt keine XP mehr Oh Ich bin jetzt Insel Seefeld gleich Hm, jetzt gleich Ja, dumm ich auch Ich bin jetzt gleich Ja Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Alles klar Guck ich einfach gegen den Stein rennen? Ne, kann man nicht Ich bin jetzt Insel Seefeld gleich Oh mein Gott Dat Deutsch Dat Deutsch Dat Deutsch Darab heute Level 58 Ich hab's durch das Schnubili Ja, kommst du doch endlich, Alter Ja, ich weiß halt nicht, so Was? Ja, du weißt wenig, ich weiß Das Maul Aber das ist ein Tauburger mit Level 13 Black Welchen Level lernt Glukha? Flammenwurf 46, oder? Ich hab's durch Ich hab's durch Weißt du, dass die Leute überhaupt selber mal googlen? Nein Ja, ist echt so, Alter Das sind belästig Was? Black, 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 nee Das sind belästige irgendwelche Spieler, ey Echt so, Alter Weil der hier besten Trainerin hat zwar Du, weil der zuerst 24 Stunden gesucht hat Ich hätte den überholt, aber ne Kann das noch Feuersturm lernen? Google, verdammte Scheiße Ach, schade, dass man den Chat im Kampf nicht sehen kann Echt so Ist ein bisschen nervig Nein, Punkt, Punkt, Punkt Äh, jetzt ist er auch angepisst Jetzt ist er angepisst Die Fünktchen, wenn halt immer das angepisst ist Oh, jetzt hat er Jetzt hat er Jetzt hat er keinen Bock mehr Jetzt Rage quittet er gleich Weil entwickelt sich Rihorn Google 43 Hör auf, Black zu nerven und bin jetzt Google Achso, das ist zugeschrieben, oder? Ja Das kann nur von dir kommen Allein, das kann nur von dir kommen, ey Das Was ist das? Wie kriegt man VMs? Gar nicht Sandami Level 91, what the fuck What the hell Werden das geschrieben, Black? Mago Mago Sandami Rllllllllll Hör auf dich über die Analverbindung lustig zu machen Mach nicht Boah, ich brauche Ich brauche 199.999 Erfahrungen, um das Level zu kriegen Coole Sache, ey Sieht voll krass aus Mach doch Glut Ach, WTF Entschuldigung, ich habe gerade die Videopumpe gemacht Ja Wer hat Lust auf Duell Wer hat Lust auf Duell? Wer hat Lust auf Duell? Was stand da Zerschneiderbäume Zerschneiderbäume sind nur die Abkürzung für die Pfad finden, ne? Achso Achso Was hatten wir genommen? Wir hatten irgendwas mit Höhle, ne? Also Entdecker Ja Wir hatten Entdecker genommen, ja Mhm Was bringt mir das eigentlich? Also ich komme irgendwie an einen Ort an, die sonst kein anderer kommt, aber Und vielleicht kommst du ja an diese dunkle Stelle, wo das Level 40 Pokémon ging Ah, das ist natürlich auch Vielleicht ist das so ein Ding Aber was gibt's? Du wirst ja keine Ja, na gut Ja gut, da könnte man halt die Pokémon fangen und dann halt verkaufen, ne? Hm Ah, da will ich nicht hin Ich will lieber Pfadfinder nehmen Ich lösche meinen Account nochmal und dann Mach ich nochmal neu Mach, 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 mach 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 Achja Können die sich tipplich nicht irgendwie mal in Ruhe lassen? In Ruhe lassen? Oh nein, ich würde jetzt auch was schön geschrieben, aber nein Irgendwie lese ich die ganze Zeit deinen Namen im Chat, kann das sein? Mhm Ja, X-D Was hast du X-Techno? Hab ich Der beantwortet auch hier ne Frage, da muss man den immer wieder zuspammen, oder? Ja, ist echt so Fühlt sich ja auch wie so ein Mod oder so Ist locker so ein Admin Ja, locker Titelt sich seine ganzen Trainerrenke Renke, Renke Trainerrenke Und Zoscha auffindet Reichu zum Verkauf, Reichu zum Verkauf, BTF Oh mein Gott Hilfe, brauche ich Hilfe, ich will ich haben Also wenn du Tu hasen haste Was? Reichu, 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 wo's Reichu Wo's Reichu, wo's Reichu, wo's Reichu Es muss aber mindestens 8000 kosten, weil's ein Donnerstein kostet Gif, 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 Reichu Gif me Beere, Kokuna, Pock, Beere, Pikachu Welches Level war's denn? Bestimmt so 100 oder so Kein' ne Ahnung, wisschen auch ne Ne, hat wer gefragt, 32 wo es in region 2 eine höhle caps locken kannst du mal sagen das war gut dass man die deutsche sieht keine englische oder franzosen oder sowas wie viel kostet ein pokéball 200 glaube 200 ja läuft dann hol ich mir gleich mal die für 100 von black der typ hat wahrscheinlich eh genug davon ja auch wenn würde ich jetzt 200 reingehauen nimm sie mit dem verkaufsicht für 150 oder so was nimm sie mit dem verkaufsicht wieder für 150 er hat so 100 gold gemacht 100 pokéball gemacht 50 ja ja kauf dir mal das level 41 taubus ne level 43 taubus für 10.000 hätte ich ich habe 11.186 aber ich bin eh nicht in dem shop minuten fuck Fuck Wie kommt man nach Walddorf? Nicht in die Schule gehen, haha Black, wo bist du? Aber nu, und die Schule geht nicht in die Schule, aber jetzt kommt es in die Schule, dann kommt es weiter zu Hause. Und wenn du meine Schule ab und dann hier Phillips-Sport indiret, dann kommt es mal einohne Wallen. Wenn du dich um 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 dich dem Buch. Okay, ich will nicht mal den Müll. Genau, ich will nicht mehriles die Stadt, weil... Okay. 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 Das Lied ist auch geil Was denn? Wenn du gerade gleichzeitig laufen hast Dieses so etwas traurig klingende Lied Traurig klingende Lied? Mhm Hört sich richtig geil an Alter, wenn ich schnell durch dieser kack Poké-Sound kommen würde Trennerring 16 Es gibt nicht überall Poké-Bälle zu kaufen Ja Nettigkeit Ein Level 18 Habitag für 8200 Poké-Dollar So macht man Geschäfte So, ich hab mir jetzt eine Snook-Gemälicke gekauft Welches Level? 29 Wollen wir ein Duell machen? 1 Maul Warum? Warum leidest du mich schon wieder? Weiß ich nicht 13.000 Gold Ich weiß nicht mal was das für Attacken hat Wahrscheinlich hat das irgendwelche Dricks Attacken Das ist umplikabel schon Zahltag Weil es auch so viel bringt Ja, auf jeden Fall Was kriegt man denn so für an? 13.116 Zahltag bis Kratzerheuler Boah, ich bekomme 62 Gold pro Kamm Wie war das mit Zahltag? Wenn man den tötet, bekommt man extra Gold, ne? Ist Zahltag nicht ne passive gewesen? Ne passive? Gibt's doch bei den neuen Pokémon Wieso sind die Pokémon im Wasser so low? Geile Frage, muss ich sagen Wann? Wie kann man zuerst in Arena zu fußen? Wann? Dark Hunter? Hm? Da hat einer Dark Hunter geschrieben Ja Wahrscheinlich irgendeine Abonnenten Deine Abonnenten oder so Hallo? Hallo? Ich kann auch nicht davon wie will S-Level Trainer an Level 19 Oh scheiße Guck mal im Chat Catch the Timo, erinnerst dich? Hä, wie TF? Alter Fokus Timo, Gankum, go 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 Für du Für du LOL Soll ich mal einen Spruch bringen? Oh nein, this game will be recorded and uploaded und du Ich mach Toll ich springen? Ich mach Hm Mh 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 Er ist Level 19 mit Trainer-Rank. Ich bin Level 16 und er hat einen Snobili-Kat auf der Schulter. Er hat einen Snobili-Kat auf der Schulter. Ich hab auch einen Snobili-Kat auf der Schulter. Nee, lass das machen. Bestimmt nicht. Alter, hat manchmal ein anderes Spiel in Ruhe, oder? Krass, ey. Der fuck, ey. Das war richtig paranoid, ey. Ja, das war unser Let's Play, weil hier nerven mir die Leute zu viel. Nein, natürlich nicht. Ja, das ist echt so. Hart! Vor allem, Alter, es gibt doch nicht nur eine Arcante auf der Welt. Hallo! Das muss ich dann... Oh, ich werde aufgenommen. Hast du Arcani oder Glurak zu verkaufen von mir? Arcani? Hab kein gute Feuer-Pokémon. Hilfe! Mein Gott, Alter. Oh, meh. Kann der vielleicht noch ordentlich schreiben oder so? Der wird aufgenommen. Belebe, Skin 2. Ey, ich kann mich zum Mädchen machen. Geilste Antwort von mir, Marc. Vielleicht später. Mach mal ein Ketschimo, mach mal einen Aram. Vielleicht später. Kommt euch noch ein Ketschimo? Vielleicht später. Mann, Mann, Mann. Sei doch nicht immer so fies, ey. Ich bin doch nicht fies! Ich verlagere denn das Duell nur auf einen unbestimmten Zeitpunkt. Der nie nachgehört wird. Den, den ich dann ausfassen wieder vergesse. Hast du ein gutes Feuer-Pokémon? Hast du noch ein gutes Feuer-Pokémon? Das Deutsch. Wie kann man durchs hohe Gras? Hm, hm. Hm, hm. Weiß ich nicht. Hakashi. Ich bin 63. als ob man akane oder nur gefangen kann man ja war empfangen vor allem was vor empfangen also du musst entwickeln ja kann ich muss auch keine aus dem anderen hund der hund ist vernietig vor akane oder heißen dennoch akad das ist die weiterentwicklung akane ist der kleine nein akane ist die weiterentwicklung der kleine hals nein akane wukano 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 es gibt ja ein pokémon namens vulkan und vulkaner und vulkaner und vulkaner alter was falsch mit dir gesagt okay vukano wukano 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 dann akane oder akanus feuerstellen kaufen oder was oder was wukano habe ich noch zum verschenken ich war schneller duno gott dritten wo bist du bereit Lübisch. Region 4. Mit Off-Heat sag ich jetzt einfach mal.